Alter, gib mir das mal. Muss man das platzieren? WAAA, NIEIN! Jo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Building 4. Von Minecraft Trotos. Mit dem, äh, Dings, Art of the Day. Hallo? Nee, umgespielt. Ah, scheiße, ich geh auf den Hals selber. Ja, hallo? Äh, ich mach nen Facecam. Da hinten steht er. Da hinten steht er. Wir spielen den jetzt aus, diese Folge. Diese Folge ist nur der Haftzone, die auszuspielen den. Jedenfalls, äh, beim Livestream haben wir ein bisschen was gemacht. Aber was ich erst einmal mache mit Facecam, ähm, mit der Facecam hier Dingens von Action. Er kommt, er kommt! Und was hier, was hier steht, äh, das ist einfach nur mein neuer Schreibtisch. Also nicht denken, ich bin irgendwie ein Haaster oder so. Der so Sachen da rumstehen hat, da brauche ich gar nicht denken. Ah, bist du dumm! Aua! 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 Okay, ähm, ja, ah! Äh, wir wollten, ähm, wir wollten ein bisschen, wir wollten ein bisschen was ankündigen. Äh, nicht ankündigen, ein bisschen was sagen. Ne. Also schon spät am Abend ist es, wir sind schon ein bisschen durch den Wind. Ähm, was ich sagen wollte. Ähm, jetzt seid ihr mal ruhig. Ja. Okay, die erste Sache ist, dass, warum der 45 Stunden live streamen stattgefunden haben. Manche wissen es ja anscheinend immer noch nicht. Zumindest haben mich 20.000 Leute gefragt, warum da eine stattfindet. Deswegen sagen wir es jetzt hier nochmal im Video. Wir haben es probiert. Doch, alles sein Internet, beziehungsweise Telekom war jetzt dumm, das Internet da zu machen. Und deswegen war alles so schlecht, dass wir nicht mehr weiter streamen konnten. Aber, es gibt neun Termine, das ist der 24.01.2016. Äh. Äh, 2015 kommt dann nachher. Mhm. Äh, genau. Das wäre schon mal die Sache. Da werden wir aber nochmal genaueres dazu sagen. Die zweite Sache wäre, ähm, vielleicht habt ihr schon bemerkt, ich habe ein neues Profil und einen neuen Banner. Da kann ja alles auch mal dazu was sagen. Achso. Ja, ich habe auch einen neuen Banner und Profil wird weiß nicht, ob ich es jetzt schon ändert habe oder noch ändern werde. Ja. Und ich finde den neuen Banner eigentlich ziemlich geil. Ich meine, manche finden ihn vielleicht nicht so geil. Das sind aber ihre eigene Meinung. Ich finde ihn cool. Und deswegen lasse ich ihn auch drinnen. Und die dritte Sache wäre, ähm, ja. Wissen ich. Hä? Hä? Es gibt keine drei Sachen. Ah doch. Warum die letzte Folge bei mir nicht kam, die Folge ist abgekratzt, beziehungsweise ich hatte die. Ich hatte die nicht irgendwie und dann ist die irgendwie weggegangen. Keine Ahnung warum, sie ist einfach weggelaufen. Einfach abgehauen. Die Freiheit. Kusch, kusch. Wo bist denn du? Ähm, ja hier. Ich bin die Bäume am Fallen. Genau. Und was ich jetzt noch eben sagen wollte, ist, dass ich jetzt ja mit Facecam mache. Ich weiß nicht, ob die Facecamel so gut ist. Äh, ich kaufe mir aber bald eine neue und zwar dieselbe wie Ungespielt. Die ist, da weiß ich, dass die gut ist. Deswegen hole ich mir die dann, weil die habe ich jetzt schon seit einem Jahr oder über einem Jahr. Weiß ich gar nicht. Wegen. Und die, wie gesagt, die Möbel dahinten sind lecker. Ich glaube, ich kann bald immer einen Schreibtisch zusammen. Sehr cool. Ja. Und in diesem Folge werden wir da wieder Fragen beantworten, beziehungsweise ich werde wieder in dem Haus hier weiter bauen. Aber du lachst immer so ein bisschen Spasti, ne? Ja, ich lache nicht. Du hast irgendwas vor. Du hast irgendwas vor, das weiß ich nicht. Doch, ich weiß das. Komm mal nach Hause. Nee, ja. Ich habe überhaupt nen TNT gelegt. Nee, doch. Nein. Ich habe ne Fälle gebraucht. Wenn du hier auf irgendeine Platte drückst, dann geht die Scheiße in die Luft. Nee, echt? Nee, aber du solltest mal machen. Dann geht die Scheiße in die Luft. Dann geht die Scheiße in die Luft. Oh Mann. Oh Mann. Deine Tonqualle ist übel scheiße. Welche? Deine. Nein. Deine Tonqualle. Deine Tonqualle. Hättest du mir gut? Nein. Doch. Als du den Kopf mal rausgezogen hättest, dann wurde ich schlechter bei deinen Boxen. Ja, gut. Dann werden wir jetzt noch ein paar Fragen beantworten. Ja. Okay, Ask. Ähm. Die erste Frage vor 6 Tagen. Wie viele Stunden spielt ihr in 24 Stunden im Chortos? Also wir haben eine halbe Stunde gespielt. Ja. Die Frage können wir jetzt nicht beantworten. Aber am 24. können wir schon mal beantworten. Da spielen wir bestimmt so 6 Stunden. Ich glaube mehr. Das liegt halt immer im Internet. Das war jetzt halt weil die Telekom behindert ist. Ich habe gerade sogar nur eine 20k Leitung oder irgendwie so. Und eigentlich habe ich eine 50k. Also die habe ich jetzt nichts im Stream wieder. Und da können wir halt das alles sagen. Ja. Genau. So ein bisschen Erde weg hier bauen. So. Wir haben gar keinen Schwarzpulver. Aber ich habe jetzt hier einen Tee. Hey, du machst das aber nicht. Nein, gib mir das mal bloß. Nein. Nein, ich mache das wirklich nicht. Gib mal bitte. Nö. Ich töte dich sonst. Hä, ich habe es doch nicht bei mir. Hä, wo ist denn das? Weiß ich nicht irgendwo. Hä? Ey, wir müssen uns mal einen Ender Chest machen. Okay. Die zweite Frage. Was habt ihr, also Johnny und Arthas, zu Weihnachten bekommen? Willst du anfangen? Ja, der Zweck. Ah, das ist ein Creeper. Ähm. Ja, also ich habe halt. Ähm. Ja. Eine Schachtel Gaugen und Zigaretten. Nee, Spaß. Von echten. Ey. Die Scheiße geht nicht in die Luft. Da ist die Scheiße, die wir in die Luft jagen hier. Ey, wir müssen wirklich mal hier alles, die ganze Scheiße in die Luft jagen hier. Ey, was denn? Oh Mann. Hä? Ey. Ey, drehe dich auf. Alter. Ey, gib mir das mal. Ähm. Muss man das platzieren? WAH! Nein! Jule und Arthas, willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Minecraft Schotters. Mit dem Peter Hohn. Das war nur ein Cut, ne? Mit dem Peter-Hohn. Hallo. Nicht apropos, hallo Leute, das war ja noch, wir sind ja jetzt immer noch bei der Einfolge, wo meine Mutti reingekommen ist. Und wir sagen das bloß, weil jetzt ein neuer Tag ist und wir haben jetzt eine Stunde dran gesessen, weil er seinen PC irgendwie nicht hingekriegt hat. Also das Letzte, das ihr vor einer Sekunde noch gesehen habt, das war einfach von uns irgendwie über den Tag her oder so. Ja, weil meine Mutti kam da rein. Ja, und deswegen ich habe jetzt einiges geändert, weil ich habe jetzt mal nur ein Tracktack aufgebaut. Ich habe hier wieder, ich habe hier, ist das jetzt egal? Ja, ist auch egal. Ich habe jetzt hier alles fertig noch gebaut, also fertig gebaut und was ich diese Folge machen will, das will ich auch dir mal zeigen, komm mal mit, hallo. Hallo, kommst du, bist du zu mir? Ich verlange es, komm Kindchen, komm! Bein Fuß! Gucke, ich will jetzt hier so lang bauen, hier so hinter die Farm und dann kommt der hier irgendwo hinten in die Küche und da geht es dann so weiter und so. Okay. Ja. Ja. Also wollte ich noch eben sagen, sorry, dass es jetzt noch kein Tutors kommt, aber einfach, weil ich war den ganzen Tag am Montag, den ganzen Tag nicht da und abends wollte ich das immer zusammen noch aufnehmen. Aber da hatte ich in meinem PC ein paar Probleme und das war sehr zage. Ja. Und jetzt labere ich immer. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich hier Müll. Und heute kommt auf jeden Fall noch auf den Start. Nein. Aber sicher doch. Ja, genau. Sorry, dass kein Video kam. Eigentlich hätte ja auch eine PvP kommen, das kommt vielleicht noch. Muss ich heute vier Videos hochladen, vielleicht schaffe ich das sogar. Wenn ich das schaffe, dann kriege ich einen großen Kuss. Hä? Ne, ich brauche jetzt hier weiter, aber ich will hier immer rausrennen. Ja, ich brauche mal kurz Eichen. Oh man, lass mal bitte eben schlafen gehen. Nö. Doch. Nein. Ich kann nicht schlafen. Guck mal an die Schülter. Guck mal an die Schülter. Schülter? Da steht zwei Wörter schon in der TV. Dann hat er jetzt ein Doppelbett. Ja. Also mach das raus. Mach das raus. Nö. Oh. Okay. Ähm. Dann hole ich jetzt mal eben ein bisschen Eichenhals. Hä, warum schreibt mir? Hä, ich so dumm. Okay, ähm. Nein, ist er nicht. Jetzt werden wir hier so lang bauen. Das ist ja ganz toll. Ich bin mir hier so hinter die Farben lang bauen. Das ist richtig kuschelig. Ja, vor allem die Folge, die war am Anfang. Das war einfach so lustig, aber wird schon wieder 20 Stunden her, dass wir es aufgenommen haben. Nein. Aber sicher doch. Vielleicht schon. Ich bin ja auch gerade noch mit Felsen gesucht. Das ist ja ein Muss. Ist das ja Eichenholz? Eins, zwei, drei. Und das ist Eichenholz. Und das ist Eichenholz. Und das ist Eichenholz. Und dann nochmal eins. Eichenholz. Ja. Übrigens wollen wir in dem Video ankündigen, dass nächste Folge dann das Projekt Schottes vorbei ist. Alter Gottes, ja. Ich stelle jetzt hier noch ein paar Arsfragen. Ihr müsst nicht nur Fragen stellen, ihr müsst auch mal Themen in die Beschreibung stellen. Ihr müsst auch mal Themen stellen. Okay, warte mal. Ihr müsst Themen in die Beschreibung stellen. Fragen. Okay, wir haben wieder... Oh ja. Okay, hier sind wir. Feiert ihr Silvester mit eurer Familie oder mit Freunden? Fang du an. Also ich feiere Silvester mit gar keinem, denn ich habe keine Freunde, die Familie sind längst abgeschlachtet. Nein. Okay, sowas sagt man nicht. Ja, sag doch. Hey, der braucht immer so lange sein zum Antworten. Ja, nee, ich habe mir irgendwie alles ingegabt. Ähm, keine Ahnung. Freunden. Ja. Du? Äh, Familie und Freund. Freund. Schwul? Bist du schwul? Ja. Hä, nein. Ja. Ich bin leider schwul. Tut mir leid. Ja. Hä, was suche ich denn hier eigentlich? Ich öffne einfach die Kissen ohne Grund. Bin ich total blöd im Kopf? Ich habe alles... Ich habe jetzt wieder das hier hingebaut. Ja, ja. Äh, kannst du mir mal bitte kurz... Nee, kannst du nicht. Scheiße, ich brauche das. Ah, das gib mir mal bitte TNT. Nee. Nee, ich will wirklich nichts machen. Mann, glaub mir doch mal. Ich will wirklich was bauen. Gar nicht. Ich will was bauen. Mann, ja. Ich habe TNT nicht. Doch, gib mir jetzt mal bitte. Nö, ich habe es nicht. Gib mir das jetzt. Ich töte dich. Ich habe kein TNT. Okay, pass auf, Variante 1. Wenn du gibst mir das, ich lasse in Frieden. Zweite Variante. Du gibst mir das. Äh, du gibst mir das nicht. Ich töte dich. Da habe ich es auch. Und die dritte Variante. Ich jag die ganze Scheiße in die Luft. Ja, du hast doch gesagt... Ich habe das nicht. Das hast du gestern auch. Jetzt gib mir das her, Alter. Nein, hör auf. Ich habe das nicht. Gib mir das jetzt her. Ah, nein. Ja. Gib mir das jetzt einfach her. Ich habe es nicht. Gib es mir jetzt her. Du hast es gestern auch gehabt. Nein, ich habe das nicht. Aua. Okay, dann werden wir jetzt auch das töten. Nein, nein, nein. Gib mir das TNT jetzt. Ich will das haben. Ich bin ein Monster. Komm her. Gib mir das TNT jetzt. Ich will was... Ich will eine Monsterfalle bauen. Eine Monsterfalle mit TNT. Ja, gib mir das doch jetzt einfach. Mann. Was? Mann, jetzt gib es mir doch einfach. Okay. Warum willst du mit TNT eine Monsterfalle bauen? Lass es doch sein. Hallo. Dann gib es mir. Ja. Nö. Erstmal will ich jetzt ringen. Gib es mir. Nö, dann schlag ich wieder kaputt. Ja, aber warum willst du denn du TNT für eine Monsterfalle? Ja, ich will es einfach haben. Ich will einfach was bauen. Mit TNT. Ja, Mann. Ich will was bauen. Ja, nee. Warum so wenig? Alles. Hey, ich habe kein anderes mehr. Junge, wir müssen Atom-Mobil... Die ganze Scheißwelt muss in die Luft fliegen. Wieso? Ich scroll alles durch. Ich habe kein... Ja, ich will auch nichts mehr. Zwei reichen für mich. Das reicht vollkommen, das zu bauen. Okay, ich werde jetzt erstmal die Küche dann weiterbauen. Hey, was willst du denn du machen? Hä? Nee, du willst aber nicht in das Haus in die Luft springen, oder? Nein. Junge. Ich mache noch gar nichts. Geh doch weg. Du Opfer. Du Opfer. Ah, hör doch auf. Geh, mach doch mal. Hey, was willst du denn in dieser Folge machen? Tony töten oder was? Nein. Ey, ich habe nicht mehr viele Herzen, ne? Geh weg. Ah, nicht mit dem Schmerz. Ich habe noch ein Herz. Ey, hör doch auf. Du hast wirklich ein Herz, das ist ein Herz. Ah. Ah. Ah, nein. Der Wichser. Geh jetzt weg, bitte. Mann, ich will doch nichts machen. Ich bin eine Aufsichtsperson. Ja, ich mache ja nichts. Ja, ich baue jetzt. Ah. Ey, Mann. Hä? Hey, kann ich nicht. Cool, ey, da machst du ja diese Folge gar nichts außer mich. Ey, hör jetzt auf, ich habe noch vier Herzen. Hör doch jetzt auch, Mann. Okay, aber warum bitte springen wir jetzt nicht die Budden weg? Ja. Dann mach doch jetzt mal was in der Folge, was du machen wolltest. Ja, mach ich ja. Okay. So. Warte mal eben. Oh, das ist voll doof, jetzt wieder so ernst zu werden. Hey, wie? Keine Ahnung. Herr Ernst? Du musst ernst werden. Ich bin Peter Ernst. Was für den Marker-Marker-Klemer? Ich habe dich die ganze Zeit beobachtet, wie so ein Opfer. Ich habe Angst. Jetzt muss ich die Beine über den Blut fliegen. Ich sehe dich. Okay. Wo bist du, Alter? Ich habe Angst. Ich habe Angst. Wo bist du? Wo bist du? Nein. Du. Ah! Nein! Hey, wo bist du? Ey, das, ey. Was ist das für eine Folge? Ich will mir verstecken, oder was? Weiß ich nicht. Ein Zieg. Wo bist du? Ich habe Angst. Ah. Ah! Au, Tüo. Au, ihr Spinnen gegen die Tür gelaufen. Ich habe jetzt Kopfweh. Aua. Ich habe Kopf. Aua. Kopf. Aua. Hilfe. Ich werde nicht rumschieren rennen. Hilfe. Ich habe Trisomie. Trisomie. Ich werde nicht rumschieren rennen. Hilfe. Hilfe. Ich werde nicht aus dem Fenster geschlagen. Wenn es kein Wasser gewesen wäre, wäre ich tot, ne? Geh doch mal weg. Ich töte dich. Ich bin hinter dir. Nein. Nein. Alter, bist du durch. Ich habe noch drei Herzen. Hör auf. Hör auf. Meine ganzen Erfahrungen sind weg. Ich habe 20 Erfahrungspunkte, du Affe. Ich habe 29. Jetzt bist du dran. Jetzt geht es los. Er hat den Krieg erklärt, Leute. Nein. Das ist eine sinnlose Folge, aber egal. Du hast den Krieg erklärt. Jetzt ist Schluss mit lustig. Peter, lustig ist es lustig. Komm her. Wo bist du? Versteckst du dich im Haus? Ja. Nee. Doch. Nein. Nein. Aber das lautet. Ey, wo bist du? Gut. Komm her, Alter. Ich bin tot. Ich habe mich getötet. Nee. Ich wollte mich getötet. Ah. Irgendwo bist du. Nö, ich sage ich nicht. Ey, ich habe 29 Level. Du darfst mich nicht töten. Du hast mich auch getötet. Ey, das war die Rache von Bullying Fieber. Von Bullying Fieber? Ja, da hast du mich getrollt. Komm. Komm schon. Ja, hallo. Oh Mann, ich komme hier nicht mehr raus, Mann. Wie kommt man hier nicht raus? Ah, nein. Du Scheißkind. Was denn? Nein, ey, du machst jetzt nicht das, was ich denke, oder? Wo bist denn du? Ah, nein, bist du. Ich springe mich jetzt um. Nein. Jetzt komme ich. Jetzt komme ich. Ich komme dich holen. Deine 29 Erfahrungspunkte, die sind mir sowas unegal. Nein, ho. Oh, piss ich. Nein. Du bist da. Mann. Ich will nicht töten, bitte. Ich will nicht töten. Ja. Ey, das waren meine Items. Und jetzt werde ich deine Items in die Luft sprengen. Nein. Cool, danke für deine Erfahrungspunkte. Jetzt habe ich acht. Nein, ich habe deine Sachen eingesammelt. Ich verstecke mich jetzt. Oh, dein ganzes. Yo, vor allem du bist ein übelster Lügner. Ich habe schon letzte Folge gefragt, wo ist das ganze Steak hin? Du sagst so, ja, das haben wir alles gegessen. Und du hast einfach den ganzen Neufel mit da gehabt. Ey, lass schon, Ruhe. Ich habe noch drei Herzen. Geh da weg. Geh mein Items wieder. Ja, das liegt doch, die liegen doch da. Junge, Alter, reiß dich. Die liegen da nicht. Die liegen da nicht. Doch, ach, ach. Ah, das liegen ja nicht. Die liegen da wirklich. Die liegen da gar nicht. Gar nicht wahr. Ja, ich hole sie dir. Ich hole sie dir doch. Ich will meine Items haben. Ja, ich hole sie dir doch. Da gucke, da liegt noch was. Da liegt noch was. Hier, das hast du, das hast du. So, mehr hast du nicht. Doch, das hier noch und das. Und das hier. Alles hatte ich. Das, 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 das. Das, das. Das Day kriegst du nicht. Das Day kriegst du nicht nur. Ich bin ein Fritzat. Ey, doch. Nein. Ich verstecke mich jetzt. Ich verstecke mich jetzt im Haus. Du wirst mich niemals finden. Den Bogen hat mich gar nicht, ne? Danke für den Bogen. Du wirst mich niemals finden. Ich verstecke mich jetzt nicht so gut, Leute. Okay, das ist zwar eine sinnlose Folge, aber das muss auch mal sein. Schnell verstecken. Ah, das kommt. Schnell versteck dich doch. Ey, kommst du schon? Ey, das ist unfair. Nein, ich kann noch nicht kommen. Ah. Oh, ne, ich fick dich. Ich muss jetzt ein neues Essen erfahren. Nein. Hier kommst du schon. Oh man, jetzt hab ich kein Steak mehr. Du wirst mich niemals finden. Ey, ne, da findet er mich nie. Oh, ich hab schon längst genug Essen. Ja. Guckt mal, hinter dich. Hä, nein, da ist niemand. Doch. Ne. Doch. Ich bin hinter dir. So. Oh, die Folge ist auch schon gleich zu Ende, ne? Wo bist du? Ah, da kommst du. Ah, da kommst du. Für die Warnung. Äh, für die Erinnerung. Äh, was weiß ich. Ey, du musst die TNT wieder zurücktüren, ne? Hey, nein, das wollte ich. Der Fynn. Ey, du musst vielleicht jetzt den TNT zurücktüren. Boah, ich dachte, du wärst das auch so ein Zombie. Ich bin hinter der Wand, ne? Scheiße, warum sag ich das? Geh weg. Arthos? Ich bin eine dumme Folge. Ah! Geh doch weg. Ich bin hinter der Wand, ne? Nein! Ah. Was? Du hast dich durchs Haus rausgeboren? Ja. Ah, nee, das war es sogar nicht. Das hast du nicht gemacht. Ach so. Ja, hab ich nicht. Ich war das nicht. Ach, keine Ahnung. Du hast das nicht gefunden, du bist an mir vor mir gelaufen. Echt? Ja. Wo warst du denn? Ich bin nur noch hier hinten. Ja, ich will, lass die Folge jetzt mal erstmal beenden, wie der will. Hähne, einige, wir nehmen erst 15 Minuten auf. Nee, wir haben vorher schon 16 Minuten aufgenommen. Mhm, ach so. Und würde ich mal sagen, das war eine lustige Folge mit dem ADS-D. Und ja, würde ich mal sagen, wenn ich gefallen hätte, dass er mir wieder, der kämpft da mit dem Zombie. Ähm, ich wurde gerade irgendwie angeschrieben von Dominik. Ey, du hast eine Fackeln. Ich wurde angeschrieben von Dominik, ja. Eine Fackeln. Ah, Junge, geht er weg. Eine Fackeln. Äh, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten, äh, nee, abonniert unsere beiden Kanäle. Schaut unten in der Beschreibung, äh, liked das, liked die Beschreibung. Hä? Häh, liked die Beschreibung. Liked das Video, wenn es gefallen hat. Abonniert unsere beiden Kanäle, wenn ihr das abonnieren wollt. Und unten sind noch, äh, halt die Titel, äh, für Link. Hä? Ich weiß nicht, was ich labern soll, laber du doch. Ja, alles Wichtige ist in der Beschreibung verlinkt. Das ist eine seltsame Idee. Können wir den Krieg auch mal machen. Na, Spaß. Ja. Ja, wir sehen uns bei dir in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, ob dich etwas anders wird. Glaub ich nicht. Alter, ich hab's jetzt. Hör doch auf. Ich hab's jetzt mal AT&T. Alter, geil. Ja, okay. Hä? Ich wurde removed, Athos. Hä? Hä? Welcher Wichser war das? Ja, Dominik, der nervt mich. Was soll der denn? Mann. Okay, also wie gesagt, wer es gefallen hat, stellt weitere Fragen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in die Haut rein. Schau, euer. Oh ja, mach schnell. Mach doch schnell. Sag doch. Sag's doch. Und schau, Torsten. Ja. Ja. Vielen Dank.